Im Sommer hat uns unsere Bundeskanzlerin das größte Sparpaket in der Geschichte der Bundesrepublik prophezeit. Über 80 Milliarden Euro sollen eingespart werden und das bis zum Jahr 2014. Vizekanzler Westerwelle hat hinzugefügt, 80 Milliarden Euro, das spart man nicht mit der Nagelschere weg. Stattdessen hat Schwarz-Gelb lieber gleich die Kettensäge angeschmissen. Elterngeld kürzen. Bei Hartz-IV-Empfängern Elterngeld komplett streichen und ihre Beiträge zur Rentenversicherung futsch. Beim Übergang vom Arbeitslosengeld 1 zu 2 Zuschläge weg. Auch im öffentlichen Dienst soll gespart werden. 15.000 Stellen sollen bis 2014 dauerhaft abgebaut werden. Das sind über 18%. Nach der größten Finanzkrise jetzt also das größte Sparpaket. Na, das kann man ja gerade noch so verstehen. Aber warum werden Unternehmen und Vielverdiener geschont? Na ja, jammern allein bringt jedenfalls nichts. Besser ist es, die Politiker wachzurütteln. Heute, am 16. September, wird der Haushaltsentwurf diskutiert. Und hier, direkt draußen vor dem Bundestag, findet deshalb ein Modespektakel statt. Der Catwalk der letzten Hemden. Denn diese werden den Geringverdienern mit der schwarz-gelben Sparpolitik vom Leib gerissen. Meterlang flattert der Protest. Reiche besteuern statt Arme schröpfen. Das ist die zentrale Forderung von gleich sechs Organisationen. Verdi, die Verdi-Jugend, die Arbeiterwohlfahrt, Attack, Kampakt, das Aktionsbündnis Sozialproteste und die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen. Sie alle haben die Aktion gemeinsam organisiert. Die Besserverdiener sollen auch zur Verantwortung gezogen werden. Und gute Vorschläge dafür haben die Leute hier reichlich. Zum Beispiel? Zum Ersten auf alle Fälle die Vermögensteuer für Reiche. Gar keine Frage, die Reichen selber haben ja diese Steuer schon vorgeschlagen, dass sie erhöht werden soll. Die Finanztransaktionssteuer sollte eingeführt werden. Bundesweit erstmal als ersten Schritt, auch als Signal an andere Länder. Und natürlich sollte die Erbschaftssteuer erhöht werden. Das sind so einige Vorschläge. Eine Millionärsteuer. Selbst Reiche sind da ja dafür. Und dann vielleicht doch auch nochmal irgendwie den Börsenhandel in den Blick zu nehmen und da tatsächlich irgendwie Besteuerung auch einzuführen. Meine Tochter ist noch sehr jung. Sie macht eine Ausbildung. Sie plant auch ein zweites Kind. Erziehungsgeld fällt weg. Wenn sie jetzt in die Schwangerschaft geht, sie bekommt Hartz IV, sie bekommt dann kein Erziehungsgeld mehr. Das finde ich nicht in Ordnung. Warum kriegen die das Erziehungsgeld, die eh das Geld haben und nicht die, die das Geld brauchen? Über 3000 letzte Hemden wurden aus ganz Deutschland für diese Aktion von Bürgern gestaltet. Und jedes Einzelne ist ein klares Zeichen dafür, auf wessen Rücken die schwarz-gelbe Sparpolitik ausgetragen wird.